Heute melden wir uns mal aus Oldenburg, also Oldenburg in Oldenburg, ihr wisst schon. Und die Schankwirtschaft der allerersten Wahl ist der, die, das Strohhalm? Der Strohhalm. Der Strohhalm. Das ist Jan, der Wirt. Und jetzt gehen wir rein. Hier ist Fynn Bartels. Sensationell. Mein erstes Idol war? Michael Ballack. Ballack, warum Ballack? Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, warum eigentlich, aber das war damals so, als kleiner Junge. Mein emotionalster Moment als Fußballer war? Das erste Tor für Werder. Aha. Welches Spiel war das? Weißt du es noch? Das weiß ich. Nein, gegen Leverkusen. Ich dachte schon, vielleicht auch diese Narbe da oben, ist die von dem Kopfball? Du hast hier so eine sehr dekorative Narbe oben an der Stirn. Also das ist eine witzige Geschichte, das ist von meiner kleinen Tochter. Ehrlich? Attacke mit den Zähnen. Mit den Zähnen? Guck mal, da wäre jeder deutsche Burschenschaft da, wäre super stolz auf die Narbe. Ich hätte sie auch anders erzählen können, die Geschichte. Die jüngere Tochter womöglich noch? Ja, die jüngere. Mit dem Milchzahn? Ja. Wow, du hättest tot sein können. Mit dem einzigen Milchzahn. Wow, echt? Na, die Narbe ist von... Komm, gibt's gar nicht. Nee, ich meine die dicke hier oben. Achso, nee, die ist von Blumentopf. Nein, 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 nein. Wie ist das passiert? Als Junge mal. Von der Couch gefallen. Okay, jetzt kommt Jan und will uns noch verführen zum... Alkoholfrei alles, natürlich. Also, dann Jan, zum Wohl. Bitte sehr. Alles Gute. Prost. Prost.